So, es geht los. Okay, komm weiter hoch. Nee, ich geh runter. Wie, du gehst runter? Komm, 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 wir bleiben jetzt hier oben und beobachten von hier oben aus. Bleib du mal da in der Mitte von Lian, ich stelle mich auf den Baum und halt ausschaue, wo sie vielleicht sein könnten, okay? Und du guckst, ob du nicht jetzt schon in den Baum reingehen, weil dann sehe ich das nett. Weißt du noch, in welche Richtung die Namensschilder waren? Siehst du da? Oh, nee, ich weiß es nicht. Nee, ich sehe gar nichts. Scheiße. Aber die haben auch gecheckt, dass sie ausgesehen haben. Ja, das haben die gecheckt, haben wir eben nach der Aufnahme erfahren. Aber sollte haben, es ist eine brenzlige Situation. Das Problem ist, von hier aus sehe ich halt auch nicht so viel, ich will es aber auch nichts mit Cobblestone bauen oder so, weil dann sehen die ja, dass ich hier bin. Dass ich hier oben bin. Und ich will auch eigentlich nur unten die Kiste zu machen. Oder aus dem Ofen was rausnehmen, oder so scheiße. Die meinten halt eben noch, die sind so richtig weit weg, aber ich habe doch diese Waffeladen gehören. Nein, das kann auch ein Soundbug gewesen sein. Das kann auch ein Bug sein, ja. Also ich hatte die Waffe kurz vorher in die Hand. Ich habe zwar nichts gedrückt, aber ich hatte sie in der Hand. Mach, was du für richtig hältst, aber wenn du stirbst, bringe ich dich um. Die Logik, ne? Aber nee, mach, was du für richtig hältst. Nur ich denke, wenn die einen Baum reingehen sollten, dann können wir sie immer noch killen. So, ich versuche jetzt, was zu sehen. Ah, unten wird was gebaut. Okay. Okay, dann komm hoch, komm einfach hoch. Hä? Was haben die da ge... Hä? Was siehst du denn? Da wurde einfach nur ein Holzblock gebaut. Abgebaut? Hast du es gehört oder siehst du was? Ne, da unten wurde ein Holzblock gebaut. Unten, im Baum? Ja, unten, bei uns drin. Aber du hast keine Spieler. Ne, vielleicht sind sie rechts, haben sich durchgesneaktet oder so. Hast du eben die ganze Zeit nach unten geguckt, oder? Ja, ich gucke durchgängig nach unten. Oder man sieht die Spieler nicht, doch nicht so weit. Und die haben uns verarscht. Jetzt sind sie drin, sie sind drin, sie sind unten, sie sind unten. Okay, ich lass Lava runterlaufen. Geh auf die Seite. Komm, komm, komm hier hoch, ich will Lava runterlaufen lassen. Wir kommen von hier nicht mehr runter, ne? Was ist das Problem? Das ist mir scheißegal. Und wenn es der Baum Feuer fängt, dann haben wir ein Problem. Egal, ich lass uns jetzt einfach Lava. Dominik, wir können uns hier an der Seite von Daumen zum Baum springen. Aber die fließt so langsam runter. Du hast recht, oder? Wir bauen was mit Cobblestone. Aber die Lava, die fließt so langsam runter. Das macht keinen Spaß. Sind die noch da? Ich weiß es nicht, ich sehe nichts durch die Lava. Komm mal mit auf einen anderen Baum und wir bauen uns dann da runter. Die sind da unten, die sehen die Lava nicht. Doch, die sehen die Lava. Jetzt bauen die da was mit Cobblestone oder die verziehen sich nach unten. Scheiße. Ja, komm mit. Warte, 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 ich will sie sehen. Ich bin jetzt auf einem anderen Baum. Nee, die sind ja noch nicht mal hier oben. Ich will beobachten, was die tun. Dadurch kommen wir aber auch nicht weiter damit. Ich weiß, ich will nur sehen, was die machen, damit ich weiß, ob wir hier bleiben können und gegen die kämpfen. Stell dir doch mal vor. Ja, ich habe gerade was abgebaut. Aber die versuchen sich jetzt nach unten zu verkriechen. Die werden halt jetzt unsere ganzen Sachen aus der Kiste nehmen. Aber haben wir da Eisen reingetan? Ja, scheiße, haben wir unter den Öfen ist auch Eisen. Ich habe aber noch 28 Eisen hier, ne? Okay, ich habe auch noch ein bisschen Eisen. Also so viel verlieren wir nicht. Das Ding ist, wenn wir jetzt runterfallen und vom hohen Place sterben, dann haben wir aber wenigstens kein Leben verloren. Das stimmt, da waren wir unsere ganzen Sachen. Jetzt haben die sich unten verkrochen, weil die Lava runterfließt. So, jetzt mache ich die wieder weg. Jetzt haben wir ein Problem. Warum? Weil der Baumfeuer fängt. Ja! Tja, was soll man tun? Komm jetzt mal her, bitte. Ja, warte doch mal. Ich bin an der Seite hier runterfallen. Da unten habe ich eben auch einen Spieler gesehen auf dem Boden. Oder hat das gebackt? What the fuck, Alter? Wo bist du? Ich bin unten hier unten. Ich bin runtergelaufen. Hier. Wie? Ich versuche gerade mir einen Überblick zu machen. Und was heißt unten? Bist du auf einem anderen Baum? Nein, nein, ich bin einfach unten auf den Ästen. Ach, immer noch auf meinen Baum. Ach, da bist du, okay. Ja, ich bin abgeguckt, ob wir vielleicht so weglaufen können. Ich bin Dominik, ich werde hier runterfallen. Nein, du, du, Paktik, Kablestone, mach den Wassereimer rein. So, das Feuer ist jetzt hier oben am Baum angelangt. Wir sollten uns jetzt hier eine Kablestone-Plattform bauen. Kommst du bitte zu mir ganz nach oben? Ich baue jetzt was aus Kablestone. Doch, ich habe es dir gesagt, da unten sind mehrere. Ich habe es dir gesagt, ich habe nochmal ein gesehen. Wie wollen wir hier wieder runterkommen, Digga? Ich habe doch Wasser dabei. Komm jetzt zu mir hoch hier auf die Kabelplattform. Und dann überlegen wir. Wir können uns immer noch durch Wasser runterholen. Nur wenn wir jetzt hier oben erstmal bleiben, dann macht der Baum vielleicht, wenn das jetzt alles abfackelt, ein bisschen mehr sichtfrei oder so. Und jetzt, wenn die sich gegenseitig bekriegen... Die haben eins und eins verloren. Warte. Da unten war aber auch unser Essen, Digga. Da ist alles. Nee, nee, Guguseli und Dingens, also Ederit und Zottel sind jetzt beide gestorben. Nein. Und die, doch. Ederit hat doch den anderen getötet. Ederit und Zottel. Oh, lol. Ederit, Oslane, Zottel, Oslane und Guguseli. Die hat... Also das grüne Team ist immer noch das stärkste. Ich sehe es gerade. Ich habe mich verlesen. Das wäre jetzt cool, wenn von jedem einer... Dann hat also dieser Nachladesoundbar dann doch keinen Bug. Nein. Dann war sogar noch ein anderes Team in der Nähe vielleicht. Keine Ahnung. Aber was machen wir jetzt? Scheiße. Das sage ich ja eben. Eben war ich noch weiter unten. Da hätte ich wenigstens mich noch runter bauen können. Ich habe doch Wasser dabei. Wir kommen hier immer runter. Ach so. Ja gut. Wir können das Wasser hier runter laufen lassen. Genau. Und dann lassen wir uns einfach runterschwimmen. Wir können uns auch, keine Ahnung, so eine Brücke bauen zu was anderem. Aber ich will jetzt erst mal sehen, was da unten jetzt noch von uns was übrig ist. Das wirst du nicht. So, ich baue mir jetzt mal ein bisschen mehr. Die nehmen da unten jetzt alles, was wir mitnehmen können. Und dann, ja. Haken die ab, meinst du? Oder bauen die sich hoch und versuchen mit uns zu kämpfen? Nee, die werden auf uns warten. Warum sollten sie, warum kommt der Rückknochen zum Hund? Warte, habe ich da gerade ein Spiel? Da unten sind sie. Die haben Diamant, die haben enchantete Schwerter. Aber einer hat, die haben, einer hat gar keinen Helm auf. Siehst du die? Ja. Der einer hat echt keinen Helm auf. Wir denken die auch, wir sind jetzt verschwunden. Ja, wir verkämpfen uns jetzt. Pass auf, dass die uns nicht sehen, oder? Die sehen ja das mit dem Cobble Stone. Scheiße. Ich hoffe, die haben nicht meine, doch, die haben meine Enderperle. Also, wir müssen aufpassen. Einer wird eine Enderperle haben. Mindestens einer. Fuck. Alles deine Schuld. Jetzt sehe ich sie wieder nicht mehr. Das ist nicht alles meine Schuld. Wenn wir da unten geblieben, wären wir wahrscheinlich auch gestorben, weil da sogar noch das andere Team war. Das mit der Lava war die einzige und richtige Entscheidung, mein Freund. Ja, weil du das jetzt im Nachhinein natürlich auch so gut beurteilen kannst. Ja, absolut. Komm mal bitte, jetzt lass doch mal Wasser runter. Wir gehen jetzt einfach hier auf der Seite runter. Wenn wir jetzt runtergehen, verfolgen wir uns und wir sterben. Ich will jetzt dafür, wir bleiben hier oben und lassen einfach und hoffen, dass die versuchen, sich hier hochzubauen. Wir haben doch die besten Chancen. Wir haben doch die... Langweiligste Folge ever. Gerade nicht. Gerade finde ich es noch relativ spannend, weil wenn die echt versuchen, sich jetzt gleich hier hochzubauen, können wir die super abwehren und gewinnen vielleicht sogar noch was dabei. Ich schieße mal ein bisschen durch die Gegend. Rogen und Ehre. Ne, bitte nicht. Verschwendet jetzt keine Magazine, bitte. Welche Magazine? Ich will doch jetzt nur... Wenn ich sehe, dass die weggehen, dann können wir uns doch auch ruhig runterlassen und erstmal ein bisschen Land gewinnen. Aber jetzt momentan sind wir in der stärkeren Position, bis wir runtergehen. Dann haben wir ein Problem. Hans, get the Flammenwerfer. So lange wird es hier oben bleiben, ist noch alles gut. Die Waffenbox habe ich auch sehr gut. Okay. Ich lasse nochmal ein bisschen Lava runter, einfach weil es so schön war, damit der Rest auch noch abfackelt. Ja, damit sie natürlich nochmal sehen, dass wir hier oben sind. Die könnten auch denken, dass wir weg sind. Die haben das schon. Die haben das schon gesehen. Ja, ich gehe mal was zu essen machen. Mach das mal. Ah, scheiße. Hast du gerade gebaut? Ja, ich war das. Ich labere mich zu Tode hier oben. Ja, ich sehe es jetzt aber halt auch nicht mehr. Ja, da warst du nicht so ein Draber raus und draus und lass uns wieder runtergehen, ja. Okay. Ich habe aber nichts mehr zu essen. Die bauen sich hoch. Da siehst du sie. Die sind auf dem Baum. Die versuchen sich jetzt hochzubauen. Alter, wenn wir die durch Fallschaden runtergeschossen bekommen. Oh, oh, sie schießen. Die schießen, die schießen, die schießen. Okay. Scheiße. Wir sollten hier hinten alles zubauen, sonst fallen wir da runter und haben echt ein Problem. Ich habe keinen Cobblestone mehr, also kaum noch. Fuck. Oh, oh. Doll. Pfeile. Hast du einen Bogen? Dann lass mich die ficken. Ich habe nur drei Pfeile. Gib mir den Bogen und den Pfeil. Ich habe sieben Pfeile. Drei Pfeile. Scheiße. Scheiße. Ich habe dir gesagt, die werden nicht einfach so abhauen. Aber wir könnten uns hier hinten runterlassen und die würden uns vielleicht gar nicht sehen. Habe ihn getroffen. Digger, ich habe ihn getroffen. Erster Schuss, erster Treffer. Ist er tot? Nein. Schade. Aber wir müssen den Wall hier hinten unbedingt ein bisschen stärker machen. Wir müssen hier verfickt nochmal runter. Lass doch bitte jetzt hinten Wasser runterlaufen. Mach ich, mach ich, mach ich. Das können wir ja gleich immer noch einsammeln. Ja, ist okay. Ich lasse es hier runterlaufen. So. Und jetzt warten wir erstmal ab und tun noch so, als ob wir noch hier sind. Und den einen müssen... Leute, die haben sich aufgesplittet, glaube ich. Oder? Warte, pass auf. Die haben sich nicht aufgesplittet. Wo ist denn der andere? Der zweite trifft auch. Oh! Aber er hat... Wer hätte sich nicht bewegt, wer hätte er getroffen? Aber wo ist denn der andere? Der war oben auf der Krone drauf gewesen. Der war ganz oben. Der ist hinter... Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der ist oben immer noch auf der Krone. Der versucht uns abzuschicken. Aber die haben auch keine Bazooka. Ich will halt, dass die im Magazin... Wir haben, glaube ich, mehr Schuss Munition als die. Oh, da kam ein Pfeil. Warte. Darauf antworte ich. Das ist klar. Bitte verschieß nicht alle Pfeile. Getroffen. Ja, gut. Die Frage ist jetzt, ob Ederit und Zottel wieder herkommen. Ob die genug gequippt haben, um nochmal schnell herzukommen oder so. Haben sie nicht. Wir könnten jetzt runter. Die brauchen ewig, um von dem Baum runterzukommen. Die haben doch auch Wasser. Ja, aber wir können doch einfach... Wir können einfach fallen. Ach komm, tschüss. Ja, wo rein willst du fallen? Einfach jetzt immer wieder runter springen. Ich bring das Wasser wieder mit, ne? Ja, ja, klar. Oh, so. Jetzt trennen wir uns. Sehr geil. Ne, einfach runter. Ich bin ganz unten. Ich bin auch ganz unten. Okay. Und jetzt lass in die Richtung hier rennen. Folgst du mir? Oder sollen wir die jetzt versuchen zu killen? Ich bin direkt hinter dir. Ne, wir haben jetzt alle Sachen da. Das ist blöd. Ich schlag vor, wir bauen uns gleich irgendwo ein. Verstecken uns da. Bauen eine Kiste. Und dann gehen wir mit allem außer dem ganzen Eisenvorrat auf die Luft. Die verfolgen uns. Ja, die sind jetzt erst bei der Base gewesen. Okay, folgst du mir? Ja, ich bin direkt hinter dir. Was hältst du davon? Einbauen, ne? Ja, und dann erst mal sneken. Aber ich hab meine Schaufel grad nicht. Und ich muss jetzt was essen und dann ist mein ganzes Essen weg. Lol, ich hab wieder Lecks. Mega Lecks, alter. What the fuck? Jo, es ruckelt richtig gerade bei mir auf. Ich kann mit, komm mit, komm mit. Ich kann nix machen. Ist es bei dir auch? What the fuck? Na, jetzt geht's wieder. Ich kann mich nicht bewegen. Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Ich bin hinter dem großen Baum geradeaus. Die, die haben mich jetzt. Super, ich disconnecte jetzt. Weil ich seh das nicht ein. Durch solche Scheiße, so ne Scheiße immer zu sterben. Warum sind, ich, das soll jetzt echt kein Combat-Locking sein, Leute. Echt nicht. Aber ich konnte mich nimmer bewegen. Ja, wir haben es verstanden. Seid mal kurz ruhig. Die waren echt gerade direkt hinter mir. Wir haben gerade gesagt, Pause, wir gehen. Es lag zu hart. Jo, okay. Ich geh auch mal runter. Okay. Ich geh auch mal runter.